Also, wie lautet der Plan, Austin? Dieser Karte zufolge wimmelt es auf der ganzen Insel von Dr. Evils Wächtern. Ich würde gern nachsehen, ob die Sprengsätze feucht geworden sind, aber ich kann sie nicht finden. Vielleicht weiter hinten. Okay, dann wühle ich mal ein bisschen tiefer. Mann, das ist ja wirklich voll hier. Wühl ruhig tiefer rein, Liebling. Dann taste ich mich mal durch alles durch. Mein Gott, Austin, was hebst du denn da drin alles auf? So ziemlich alles, was mich anmacht, verstehst du? Kannst du mal kräftig ziehen? Meinst du, wir brauchen hier sowas? Würdest du den bitte nicht drinnen aufmachen? Vielen Dank. Entschuldige. Okay. Großer Kran. Hoppla, einfach losgegangen. Ja, sowas passiert von Zeit zu Zeit. Donnerwetter. Ja, ziemlich eklig. Tja, tut mir wirklich leid. Oh, stinkt ganz schön. Diese beiden da machen mich wirklich krank. Kannst du mir einen Bier aufmachen? Ah, was ist denn? Eine Springmaus. Wie kommt die denn da rein? Ich, ich hab keine Ahnung. Alles okay? Ja, ich hab nur so einen Druck im Kreuz. Okay. Schieb mal alles wieder ordentlich rein. Mein Gott. Ich hab die Sprengsätze gefunden. Hilfst du mir, sie zu überprüfen? Ihr seid um Single. Lass die Waffen fallen. Kendo. Los, komm! Untertitelung des ZDF, 2020